Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Düsseltal. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der noblierten Wohnung liegt bei ca. 32 m². Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 650 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Düsseldorf-Düsseldorf.